Liebe Germans Club Mitglieder, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer kleinen Auslosung, Verlosung, am 11.11. des 100 Euro Gutscheins für alle Germans Club Mitglieder. René, wer uns noch nicht persönlich kennengelernt hat? Ja, also mein Name ist René König, ich bin Inhaber von Germans. Das ist Martin König, mein Neffe und Mitarbeiter. Und wir gemeinsam werden jetzt die Ausbildung vornehmen. Ich werde ziehen, er wird mir die Augen verbinden mit einem neuen Seitentuch. Das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist ein ganz neues Programm wieder. Und sehr schön an der Seite. Blicktisch. Genau. Ich muss mich jetzt verbinden. Ja. So. Ich hoffe, es tut nicht zu sehr weh. Nein, das ist sehr angenehm auf der Haut. Sehr gut. Ja. So, machen wir kurz den Blicktest. Nein, natürlich nichts. Ja, wir haben eine kleine Schüssel vorbereitet. Wir sind mittlerweile 112 Dreamings Club Mitglieder. Hier das Mitglied hat jetzt eine kleine Nummer und der René wird jetzt zufällig eine Nummer ziehen. Diese Nummer gewinnt dann. Die Spannung steigt. Und es ist die Nummer 42. Herzlichen Glückwunsch. Die Nummer 42 hat jetzt einen 100 Euro Germans Club Gutschein gewonnen. Was kann er damit machen? Diesen Gutschein kann man online einlösen. Da steht ein kleiner Code drauf auf dem Gutschein. Entweder im Online-Shop oder natürlich sehr gerne auch hier im Laden. Wir heißen uns herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie gerne im German-Store in Chemnitz-Rabenstein. Und freuen uns über jeden Besuch und über jeden neues Mitglied. Genau. Und für alle anderen Germans Club Mitglieder denken Sie bitte daran, Sie haben immer 10% Rabatt auf all das, was Sie bei Germans bestellen. Und ganz neu seit gestern haben wir das auch im Online-Shop hinterlegt. Das heißt, wenn Sie sich einloggen, bekommen Sie sofort auf jedes Hemd oder jedes Seidentuch, was Sie bestellen, die 10% Rabatt. So kann nichts mehr schief gehen. Genau. Also. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.